Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich eine Solarmatte an den Pool anschließen und somit auch richtig verbinden kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige die Installation mal bei meiner Intex Solarmatte in Kombination auch mit einer kleinen Intex Filterpumpe. Doch bei anderen Herstellern sollte das Ganze relativ ähnlich funktionieren. Zuerst einmal sollten wir unsere Pumpe auf jeden Fall vom Strom nehmen. Als nächstes sollten wir schauen, dass wir beide Anschlüsse einmal welche zur Pumpe gehen, irgendwie absperren können, dass danach natürlich auch das Wasser vom Pool nicht ausläuft. Hier sind normalerweise entweder Ventile angebracht, die wir einmal zudrehen können oder wie in meinem Fall nehme ich jetzt einfach mal so eine Plastikverschlusskappe her, welche beim Kauf vom Pool auch dabei gewesen ist. Hierfür müssen wir den Anschluss im Poolinneren am besten einmal etwas im Uhrzeigersinn drehen und gleichzeitig auch rausziehen. Dann sollte sich das Ganze nämlich auch schon lösen und danach können wir dann ganz einfach mal unseren Stopfen hier zur Hand nehmen, schauen, dass diese Nase auch wirklich Richtung Anschluss zeigt und auch wieder mit Gefühl in unseren Anschluss reindrücken. Dasselbe Spiel bei unserem zweiten Anschluss natürlich auch. Und wir können auch schon das restliche Wasser aus unserem Pumpensystem einmal rausbringen. Hierfür habe ich die Pumpe am besten einfach mal in einen leeren Eimer gestellt und öffne jetzt hier drüben bei dem Schlauch, welcher etwas tiefer liegt, auch schon einmal meine Schlauchschelle ganz und kann nämlich den Schlauch anschließend auch mit etwas Gefühl abziehen. Und das ganze Wasser sollte jetzt auch schon hier rauskommen. Am besten natürlich auch noch beide Schläuche etwas annehmen, dass das restliche Wasser auch wirklich ganz ausläuft. Und wenn das System frei von Wasser ist, dann können wir unsere Solarmatte auch schon richtig zusammenbauen. Hierfür unsere Matte am besten einmal relativ nah bei der Pumpe auslegen, dass unser Eingang von der Solarmatte auch relativ nah bei dieser ist und der Ausgang dann natürlich bei unserem zweiten Anschluss. Das bedeutet einfach, das Wasser kommt von unserem Pool hier heraus, geht in die Pumpe hinein, wird gefiltert und dann auch hier in unserer Solarmatte schön erwärmt und kommt dann wieder in unseren Pool zurück. Im nächsten Schritt müssen wir mal unserem Gehungsventil richtig auf die zwei Eingänge von der Solarmatte drauf geben. Hierfür haben wir hier übrigens auch noch die Kennzeichnung A, was dann auch bei dem Anschluss A drauf muss. Und das können wir jetzt einfach mal von oben ganz einfach aufstecken. Hierbei schaut übrigens nicht zu schauen, wo genau unsere Gummidichtung sitzt. Bei mir ist der O-Ring relativ weit oben, weswegen ich jetzt das Ganze einfach mal, wie gesagt, komplett drauf stecke. Und nun ist wichtig, dass wir natürlich auch noch unsere entsprechenden Schlauchschellen mit drauf geben. Und wie wir sehen konnten mit dem O-Ring, die Schlauchschellen bitte nicht hier unten drauf geben, sondern lieber etwas weiter oben, dass es natürlich auch sauber abdichtet. Bevor wir unseren zusätzlichen Schlauch zwischen Pumpe und Solarmatte geben, würde ich hier hinten auf jeden Fall mal noch die Verschraubungen kontrollieren. Die sind jetzt auch auf jeden Fall fest und sollten dicht sein. Und nun einfach mal den Schlauch mit Gefühl hier hinten bei unserem Umgehungsventil drauf geben. Jetzt können wir eben super erkennen, bei mir hat sich gerade eben die Dichtung hier hinten etwas gelöst. Und das darf natürlich auf gar keinen Fall sein. Deswegen lieber nochmal langsam zurückgehen und schauen, dass wir es mit Gefühl aufbringen können. So schaut es auf jeden Fall schon besser aus. Und dasselbe Spiel machen wir natürlich auch hier hinten bei unserer Pumpe. Wie zuvor auch wieder schauen, dass die Schlauchschelle am besten über diesem O-Ring drüber liegt. Dann können wir es auch schon festdrehen. Bei mir schaut es auf jeden Fall super aus. Und hier hinten bei unserer Pumpe dann natürlich noch dasselbe Spiel. Bei unserem Ausgang zum Pool gehen wir eigentlich relativ ähnlich vor. Hier haben wir noch die Schlauchschelle von unserem Pumpausgang dran stecken. Deswegen ich diese einfach mal leicht öffne. Dann natürlich den Schlauch wieder mit Gefühl auf unseren entsprechenden Anschluss geben. Darauf achten, dass sich die Dichtung nicht irgendwie verschiebt. Und danach können wir dann auch unsere Schlauchschelle wieder ganz einfach im Uhrzeigersinn schließen. Laut Intex könnten wir jetzt sechs solche Solarmatten hintereinander ganz einfach anschließen. Und hierfür muss man sich jetzt einfach mal vorstellen, dass die erste Solarmatte unsere Pumpe ist. Bedeutet, wir gehen von dem Ausgang mit dem kurzen schwarzen Schlauch einfach zu unserer zweiten Matte direkt in das Umgehungsventil rein. Und so machen wir es natürlich immer weiter und weiter. Noch kurz zur Funktion von einem Umgehungsventil. Wir können hier unten einmal zwei Symbole erkennen. Zum einen auf der linken Seite das offene Schloss und auf der rechten Seite das geschlossene Schloss. Und hier oben einen kleinen Pfeil, in welche Richtung jetzt unser Hebel schaut. Bedeutet einfach, wenn ich jetzt dieses Ventil einmal Richtung offenes Schloss drehe, dann haben wir auch schon einen Widerstand. Dann gelangt jetzt das Wasser direkt durch meine Solarmatte hindurch. Wird von der Sonne aufgeheizt und gelangt natürlich erwärmt in den Pool zurück. Würde das Ganze jetzt übrigens auf dem geschlossenen Schloss stehen, dann würde es nicht durch die Solarmatte laufen, sondern an einem kleinen Bypass hier hinten rum und gelangt nicht erwährend in unseren Pool zurück. Zum Schluss müssen wir noch beide Stopfen aus unseren Anschlüssen einmal wieder herausziehen und somit natürlich auch die Schläuche freimachen. Die entsprechenden Adapter am besten auch gleich wieder einfügen, dass wir diese natürlich nicht vergessen. Und wenn wir dann noch die Entlüftungsschraube unserer Pumpe einmal gegen den Uhrzeigersinn lösen, dass die ganze Luft entweicht und wenn etwas Wasser kommt einfach wieder schließen, dann können wir die Pumpe auch schon am Ende noch an das Stromnetz wieder anschließen. Und wir haben unsere Solarmatte auch schon richtig angeschlossen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch eine Solarmatte oder einfach eine stärkere Pumpe, egal ob Kartuschenfilterpumpe oder Sandfilteranlage zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und noch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.